Welche Menschen fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Klub, der hier zu landen, wie der Garde hält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Wer fliegt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voller Tag? FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, Deutscher Meister, ja, so heißt er mein Verein. Ja, so bald und so ist es und so wird es immer sein. Wo wird lauschend angegriffen, wo wird täglich spioniert? Wo wird Presse, wo wird Grummel, wo wird immer diskutiert? Wer spielt in jedem Stadion, vor ausverkauftem Haus? Wer hält den großen Fluch der Gegner, steht das neue Haus? FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, Deutscher Meister, ja, so heißt er mein Verein. Ja, so bald und so ist es und so wird es immer sein. Ob Bundesliga, im Vokal oder Champions League, hier gibt es denn was Schöneres als einen Bayern-Sieg. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, FC Bayern, Deutscher Meister, ja, so heißt er mein Verein. Ja, so bald und so ist es und so wird es immer sein. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, Untertitelung des ZDF, 2020